Willkommen zum nächsten Aufnahme vom Duo-Ranked, so, mit Leon. Eihau. Und ich glaube, das erste Mal spielst du jetzt ja so, ne? Ja. Mit dem Namen. Ja. Ja, ja, ja. Dann will ich deine God-Plays sehen, ja? Ja, ja. Ja, Tien-Kin. Das ist ein Kappernamen. Er hat einfach den schlechtesten Champ genommen, den er spielt. Also, den er nicht spielen kann, sozusagen, und hat sich dann so genannt. Ja, damit ich ihn übe. Ja. Kapper. Ja, ja. Hier, aber Trash, hallo, der ist sechsmal God. Was willst du gegen ihn tun? Fuck. Aber ich dachte, ich wäre der Trash-God. Nein. Du bist der... Ich als ausgebildeter Trash-Meister. Ne? Aber er ist Trash sechsmal God, hallo? Ja, dann wird er dich jetzt richtig pissen auf, Bot. Ja. Ich schock ihn einfach ran, und er macht uns tot. Ja, er macht aber Uldi, E, und schon. Uldi, E, und R, und B. Macht er dann R? Der macht B. Wo macht er nicht R? Er macht er davor. Wo macht er W? Wie lenteet er euch? Hm? Lenteet euch, lente? Ach, egal. Der Green Letter, oder was? Pff. Der Green Letter, einfach. Ja. Euer, geil. Jojo, schlägt Krapah. Ich wollte mal gucken, gegen wen wir gematcht werden. Gegen Unrein. Letzten Mal unranked. In High-ranked. Durch die... Toll, mir stand jetzt nix. Da steht nix. Oh, warte, ich guck. Che, 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 che. Bei mir leid das nix. Warte mal. Ganz kreisi. Bad Lies. Das nix, bin ich ja gar nicht. Die guck ich mal mit meinem Opti. Werden. Gegen. Oh, wir sind auf ner Gold, Elo. Gold 2. Boah, der Trash Platin 5. Was der? Platin 5. Oha. Der ist 6x Gott. Aber mir leid das irgendwie nicht. Dann zockst du grad auf ner Platin, Elo. Als ob, eh. Willkommen zu Summoner's Road. Neue ich dich, Haram. Gold 5. Ich denke, wenn wir jetzt alle gewinnen, wirst du so... ...Guard und... ...Gold 2 oder so eingematcht. Eingereinscht. Eingereinscht. Einen schönen Röntgenblick. Oh ja. Oh ja. Oder machst du Superschall. Keine Ahnung. Er auch. Ich glaube, echt, was macht ihr denn da eigentlich? Ich... Brigitte. Huch. Wie jetzt war's überfallen. Ich spiel jetzt ein Lied. Ich guck auf mich. Okay. Ich guck auf dich. Okay. Was machst du denn da? Oh, so schön. Soll ich dir meine echte Flöte zeigen? Ich verstehe es aber nicht, was ich sagen. War breit. Kacke. The story is not yet finished. Okay. Sagte ja so. Eigentlich müsste ich mal Shogart Support spielen. Einfach mal so. Schogetten? Hä? Schogetten? Was? Schogetten. Kennst du nicht diese Schokolade? Schogetten? Schogetten? Ja. Ja. Ja, ich nenne es Schogetten. Schogetten. Ja, okay. Schogel. Denk dran an die Werder, Alter. Aber nicht für ein Mann, zwei, sondern nur eins. Mal die Kurve. Mein Ei kann... Was kann dein... Was kann dein... Ich meine, man kann... Minion! Ja, ja, ja. Oh, ja, geil. War es eigentlich mein Astrid? Hast du das mal geguckt? Gold. Gold? Was? Egal. EGAL? Egal. Egal. EGNIVI ist richtig Ritardo, Alter. Geht Damage. Richtig KBH. Guckst du eigentlich Brackenball Super? Nein. Warum? Warum? Weil ich will warten, bis das auf... Deutschschule ist. Auf was? Deutsch. Das ist auf Deutsch. Super? Ja, da sind schon neun Folgen raus. Deutsche Untertitel? Ja. Ja, ich will ganz Deutsch. Ja, das wird noch richtig lange dauern. Ja, ich weiß, aber dafür nehme ich es gerne auf. Ich hol mir jetzt auch irgendwann Battle of Gods. Was? Das ist ja schon auf Deutsch. Ja. Ja, den hab ich auch auf Deutsch guckt. Wenn man den kennt, kennt man ungefähr die ersten zehn Folgen oder so. Von was? Ja, von dem... von der Serie. Ja. Echt? Ja. Okay. Ja. Okay. 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 Whatception hier unten. Was macht ihr? Whatception. War Z? Ja. Ja, was denn? Bin geflasht dafür. Jetzt wäre er weggekommen. Und das wollte ich natürlich auch nicht. War das gut, dass ich... Okay, mein Adi kann... Ja, natürlich. Richtig, kack. Yes, 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 oder? Yes, yes, you are. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich habe kein Fleisch. Ja. Finde ich sehr traurig. Okay. Kann ich verstehen. Oh, er macht dich kaputt. Oh, du bist tot. Du bist... Du bist... Du bist doch Gott. Du musst den Gott playen. You know what I mean? Aber der Junge heißt Supercammer mehr. Final! Das ist natürlich krass. Ich hab die Namen ausgestellt deswegen. Wieso das denn? Man, der Gang hat mich gerade gefickt, Alter. Da muss ich mir ein Flash raus und dann. Wieso? Wieso? ich glaube gerade richtig scheiße die ganze zeit war bei C oder Hosenscheiße Hosenscheiße, beides die kommen, ich glaube die kommen bot ja die haben blue bekommen die anderen bot guck mal auf mein Leben, das war einfach eine E auf dein Leben? ja, das kann doch nicht nur ein E gewesen sein mit Combo doch, sie hat E und ganz kurz Ulti runtergesetzt ja sonst macht das E ja nicht so viel Schaden jetzt im Ernst? nein, im Ernst we don't say möchtest du mir gerade League of Legends weibringen? yeah weil du kannst das noch nicht so gut ja, das ist ein Witz dieser Schaden Alter man, ich treffe kacke sonst treffe ich doch über gut und jetzt jetzt hätte ich noch gebrauchen können sonst mache ich immer so geile Hooks aber jetzt jetzt von Lackinger ja und vielleicht ist es schön oder? mit der Aufnahme total ich bin mein Herz klopft und ja und 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 ich ja süße no homo wieso? bin schon wieder down oh Gott das ja ja das macht gar keinen Sinn Mann jetzt habe ich auch noch Ich kann aber auch nichts rechtfertigen. Ah, geil. Aber er flasht auch in den Tower, ist Relay. Ja, er flasht. Flash E, zeig, 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 zeig. Und stirbt. Macht er so Schlitz? Auch, auch, auch. Das macht er auch. Ich glaub, die machen einen Trick. Ja. Ich glaub, die haben Dragon gemacht. Ja, American Dragon. Don't feed Olivia. Okay. Okay. Ich habe es real. Ich habe es schon alleine. Du bist tot. Rest in peace. Du wirst gleich schon wieder down. Ich sag's dir. Du wirst gleich schon wieder down. Ich sag's dir. Mann, kommt der Astral auch bitte mal wieder? Ja, der hat keinen Bock. Was hängt es an? Das ist halt so ein krasser Counter gegen Mutli man. aber der name war aber hauptsache der name habe ich gesagt das ist kappa gemeint also ironisch aber ich werde das im late eh noch gering wirst du sehen aber ohne adc wäre das generell alles hier müssen schwer oder was darf niemals schreiben dann werden jetzt nicht krass abusen jetzt also dann ja als ob die das nicht merken trotzdem schreibt man doch nicht ich schreibe das und 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 Das kannst du auch nicht mehr carryen glaube ich und der champion rein den univers eigentlich voll kacke alter die fahren wie ein bot alter oh ho sorry Sorry. Fuck my home. Hm? Er schreibt Fuck my home. Lol. Fick mein Zuhause, man. Oh, Ezreal, du bist doch noch nicht so hoch. Ah, genial, du bist dumm, ey. Richtig nice. Er flasht in? Super cool. In sie rein, in sie rein. Fuck my home. Alles was du jetzt. Aber er flasht einfach in sie rein. Er hätte weiter auto attacken können, aber nein, Flash in die Wayne. Wieso denn nicht? Oh, genial. Pass auf, die hat ordentlich Beat abbekommen. Was machst du denn? Wegkommen. Nee, ich glaube nicht. Ja, Junge, der flasht einfach, Alter. Was ist da los, Leon? Ja, Junge, die ganze Zeit zwei Mitte. Was soll ich machen? Okay, du stand schon davor 0 zu 2. Ja, aber auch nur, weil Renga Mitte war. Und Anivia ist halt ein Hardcounter. Du kannst ja mal so gegen mich spielen, wenn ich Anivia bin. Zwei Wortzeichen. Du hast, Anivia wurde vor dir gepickt. Ja, mir scheißegal, Mann. Wenn die F3 Wins haben willst, kann ich ein bisschen Jungle spielen. Dann carry ich jedes Game weg. Aber ich dachte halt, Smurf müssen probieren. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Oh, sie hat mich weggestoßen. Nein. Ich gehe damit. Ich gehe mit denen einfach. Man kann das hier nicht raus. Die Zahl hat mich gekriegt. Ich spüre mich und schrauze mich. Ich werde mich hiermit. Ich versuche das um, das zweit nicht zu sprechen. Ich spüre mich. Du hast das eine Idee gehört. Ich versuche das. Wie habt ihr euch geschickt? Wenn ihr auch? Ja, das schwarzen wir. Ich spüre mich. Das war's für heute. Ich werde das noch carryen, also wie du sehen, ich try it jetzt nicht durch. Okay. I lock. I have a lock of you. Are you? Are you? Are you? Wenn du sonst was? Okay. 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 Junge, der ist schon wieder hier, man. Junge, verpisst euch. Digga, die... Digga, die... Das ist so ein Witz, Alter. Okay. Trash wieder kein Exhaust, Wayne wieder kein Heal. Ey. Digga, die haben's richtig an mich abgesehen, die Huren denen. Okay. Lol. Ich konnte... Ich hab Trash gehuckt, aber der ist nicht rübergekommen. Was ist das denn für ein Fail, ey? Ich hab's nicht rübergekommen, ey. Hm. 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 Ich hab' die anders machen, aber gut. Aber jetzt kommt Anivia. Alter, ich bekomm' Emola, Mann! Was ist das? Was machst du denn? Ey, ich check hier gar nix, Mann! Warum... Mann, die Anivia hat 6-1, hier... Komplett aus, Mann, ey. Ohne Spaß. Ich raste dich komplett aus. Okay, okay. Digga, ich wünschte, ich werde nichts hin in diesem Game, ne, Junge. Ich würde die so wegficken, Alter. Ja, ey. Guck, die Anivias Fahr, Mann! Junge, die steht 6-1. Ja, wieso gehst du denn immer gegen die einfach solo rein, ey? Hä? Weil ich hier auf Level. Sieht bei mir, wie das gut klappt, ey. Ja, Team nur Follow-Up. Ich weiß ja nicht, was ihr da unten gemacht habt. Nein. Hab's nicht wieder jemanden. Jetzt ist schon wieder jemanden. Ich carry den Typen hier richtig, ey. Also was das manchmal für, wie knapp das manchmal wird, ey. Ich helfe den so aus der Patsche, ey. Aber wie gesagt, ich bin ja reingegangen, aber... Trotzdem helfe ich den so mega krass. Drake kommt gleich. Oh, fuck. Is it on? Nein. Alles gemisst. Schade. Oh, es macht schon gut Schaden. Hatte sein Handschuh. Hält man da? Nee, 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 komm weg. Lieber nicht, lieber die nicht ziehen, ey. Oh, fuck, ey. Kann ich ihre Ulti mit meinem E unterbrechen? Nee, aber mit meiner Ulti. Achso, weiß nicht. Mit Ulti klar, ist silence. Geht die Ulti weg von. Ja, misst du. Sehr gut, ich will in der Mitte rauskusschen. Venga kommt. Venga ist hier. Hat er wollte es? Ja, ne? Nee. Es wird langsam zu gefährlich. Oh Gott. Der andere wird getroffen. Oh Gott. Oh Gott. Oh, lol. Ist die Lichtin noch, ey. Hier hat noch einen, ne? Was machst du da? Fuck. Ich hatte gerade mal nur fast meine Ulti ab und... Hier hat trotzdem noch einen. Komm, ess. Mach was. Mach doch was, ess. Mach doch was. Mach. Oh Gott. Da bin ich ja Schläfer. Da krieg ich... Komm mal, mir bei Nasus. Krieg ich Känzer, Junge. Der Nasus macht einfach stürmende Tor. Nasus hat gut geformt. Der hat 438 schon. Der würde uns late so helfen, ey. Der ist schon richtig gut dabei. 400... 400... 400 für die Zeit ist gut. 450 bei 20 Minuten ist normal. Ist normal. Dich verarsch. Also normal gut. Ach so, normal gut. Ist jetzt nicht schlecht, was er gestackt hat, aber geht auf jeden Fall besser. Und der hat Frozen Hard, das ist gut. Er muss groupen, ansonsten bringt es hier gar nicht. Toll, ich wollte auch Frozen Hard kaufen. Scheiße, ich mach ihn jetzt. Jetzt seg es. Und binde mich damit. Nee. Guck mal, der einzigen Dreit da oben. Ah, der sind zwei. Ah, der wird jetzt sterben. Wir müssen pushen. Okay. Was macht ihr da? Ihr müsst mittelpushen. Ah, jetzt kann ich hier nichts machen. Ja, lass uns das schaffen, ey. Fress sich ein Besen, Junge. Ich mache es. Guck mal. Okay. 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 So, okay. Wollen wir jetzt nicht Barrel machen oder? Nein. Nein, die werden top nehmen, was sonst? Nicht, 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 nicht weg. Das ist wieder ein richtiger Bronz. Der stirbt, wir gehen aber mit rein. Wir sind alle noch hier. 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 Ja, Nivea ported back. Ending. Ich hab Zickes gebaut. Pass auf. Deine Kiekse. Der dürfte normalerweise keine Ult haben. Kann ich jetzt hier verbinden mit WLAN. Okay. Okay. Ha! Du is nuts! Der Typ ist der geilste. Ach, jetzt ported back. Kriegst du es halt nicht. Der kann gleich noch machen. Der sind noon! Der ist ja nicht soibilidad. Wir sind nicht auch nicht charmige ERIKA. Ich hatte auf mich nur noch eine Rolle, Danke, danke, danke. Oh nein. Danke, 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 danke! Danke. Danke, danke, danke. Was machst du? Digga, ich hab eh wohl auf 4,38 Mal, Mann. Ich bin tot. Digga, ich greedy so. Wir sind greedy wend so, Mann. Was machst du denn? Digga, ich hab Lowlife Trash gesehen, Junge, da gehen sofort die Killerblicke drauf, Junge. Ja. Ich hab mehr Kills als du. Das Ding ist, wir kommen mal das Exhaust ab und dann zieh'n Layla Alligator. Du weißt, dass die Exhaust haben, wieso gehst du dann da rein? Ja, weiß auch nicht. So richtig Bronzeplay, ne? So richtig. Ja, stimmt. Aber mit Yasu bin ich immer greedy. Das Ding ist, entweder bin ich richtig fett mit Yasu oder ich bin halt nicht am fliegen, Alter. Aber im Layting komm ich eigentlich immer zurück. Aber ich bin halt immer dumm reingegangen bis jetzt, glaube ich. Ein bisschen anlacken. Wo ist denn dieses Teil, das hier? Das Ding ist mit Teilen, halt, ne? Wo ich die Wards mit sehe, wie heißt das? Du hast doch 400, ne? Ja, was? Ja, Digga, bin schon wieder da. Wo ist ein pink Auge? Nö. Ganz oben? Ganz oben? Ganz oben links? Nee. Ich mein, ich mein, dass ich auch immer im Kopf hab. Äh, Sweeping Lens, ganz oben. Ich muss da ausbauen. Da, Orakel gibt's nicht mehr. Nicht? Nein. Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot und hab mit Yolo mit. Der Nasus. Hey, was meint der denn? Nasus macht übels wieder sein, hat auch gut gute Items, aber nein. sag doch nur nicht, weil ich ganz in die Yolo geleingehe und das Team auch gerne sehr catch wird. Wieso machst du das? Wieso? Do what you say! 9-0-1-9-K-K-K-K-K-K-K-K! Hör auf jetzt! Nö. Oh, bye bye! Bye bye, liebes Leben! werde da die da die denn wenn ich da und gehabt junge der dich geflickt der wohl die schon vorher used ding ist gibt mir das game geht mir auch als übel zum arsch aber jetzt jetzt permanent reingehen wieso kann es auf einzelne gehen da habe ich nichts gegen ja aber wir sollten mal wirklich zusammen fighten das ding ist die alte hat einfach nasus gekämpft so ein nasus zu campen macht bringt gar nichts ob er zwei oder drei kills hat der geht in über die queues ich glaube ich weiß gar nichts alter Ich habe überlebt! Was ein Scheiß! Komm schon! Schaff dir! Jawohl! Ja, wie gesagt! Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du wer ich bin? Ja, wie gesagt! Weißt du? Ich habe den Astrid noch so gut hochgepusht, ja? Dass der jetzt sogar gottgleich ist! Ja? Willst du für mich keinen guten Job hören? Ja? Willst du für mich keinen guten Job hören, sag ich! Okay, kriegst du für mich einen guten Job! Danke! Zwölf Deaths schafft nicht jeder! Kappa! Ja, still winning! Ich bin jetzt 5 an! Upp! Wann? Wann ist das? Wann geht's? Wann? 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 Ich schreien gehen, ich schreien gehen Ja, ich konnte nicht ulten, wo du hochklauen hast, weil ich... Ach, Bado! Was machen die Baron? Wenn wir zusammen Teamfighten, dann schaffen wir das. So nicht. So nicht. Bei Baron kann ich nichts machen. Ja. Nee, weg da. Was passiert dann gegen den Rengar? Du kannst einfach nichts machen. Das passiert, wenn man nicht Teamfightet. Ja? Ja. Hast ja eben gesehen, wie wir 5 gegen 5 auseinander genommen haben. Was? Ja, gott das. Nö aus, Alter. Dah. Coltica! Warte mal ganz kurz, neulich die Kamera, die enthält nur eine Minute. Ja, ich wusste jetzt nicht wen, du grabt da nicht Trash oder Renekton. Ja, den Trash kann man mal one-hitten. Ja, Trash macht Ulti rein, alle Horn-Award rein und dann sind wir tot. Ja, rein, die Horn-Award rein. Let's go finish this shit. Hier, da, da, da! Ich weiß auch, der braucht ne ulti machen. Das war ein spannendes Ranked, wir sehen uns das nächste Mal. Warte, 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 ich muss eins sagen. So seht ihr, da kannst du in die Mitte reinfliegen und gewinnst trotzdem das Game. Und damit beenden wir die Aufnahme. Okay, hau rein. Ciao.